Das ist Telebiasis, den es gibt. Ein Hund ist mehr wert als Ozan. Ein kleiner Köpfe hat mehr Ehre und Stolz als Ozan. Hamza ist der beschämendste Lappen, den ich hier auf TikTok gesehen habe. Weiter. Eglis ist korrekt. Ich liebe ihn. Weiter, andere Namen. Er wird andere Namen. Bruder, ich schwöre, Arafat wird dich nicht duldet. Wer ist Arafat, ja? Wer ist denn das, der mich duldet, ja? Wer bist du und Arafat? Wer seid ihr? Was bist du? Wer ist Arafat? Und dann denkst du, ich habe dich und Arafat nötig? Geh mal raus, du. Machst du mir Arafat zu deinem Vater? Vielleicht ist Arafat dein Opa. Arafat. Arafat. Wer ist Arafat, lad? Wer ist der? Wer ist der? Barello ist ein, Barello ist ein Bena Muschel of System. Es ist der größte Köpfe, der auf TikTok rumläuft, Barello. Ich habe auch nichts über den gesagt, Bruder. Der interessiert mich nicht. Der ist in meinen Augen ein normaler Mensch wie alle anderen. Ich will nicht mit Barello live. Wallah billah, ich will nicht mit dir live. Ich wollte nie mit dir live. Er ist immer bei mir gekommen. Ich wollte nie mit dir live. Ich wollte nie mit dir live. Wer wollte mit dir live? Seit wann wollte ich mit Barello live? Wer wollte mit Barello live? Wenn ihr, ich schwöre auf meine Mutter, ihr würdet Barello zuein, ihr würdet euren Glauben für Barello verkaufen, damit ihr mit ihr live geht. Ich bin mir zu 100% sicher. Ihr würdet dulden, dass ihr eure Mutter benadigt, damit ihr einmal nur mit ihr live geht. Das ist der Problem zwischen euch und arrogante Party. Ihr seid alle famegeil. Ihr seid alle auf diese Zuschauer. Ich weiß gar nicht, was ihr davon habt. Ihr denkt, ihr habt jetzt hier was erreicht. Ihr habt ein Eiri erreicht. Meine Eier auf euer Kopf. An alle TikToker, die sich hier als Stars fühlen. Ich fick euch alle. Eins nach dem anderen. Ihr seid alle meine Schuhe wert. Ich schwör auf meine Mutter. Ihr seid nichts. Ihr seid keine Straße. Ihr seid Lutschers. Verstellte falsche Fuffis, die sich zu Witzfiguren gemacht haben. Der andere nimmt Socken in den Mund. Der andere nimmt Pisse in seine Fresse und geht noch mit den Leuten live. Was seid ihr für Menschen, Mann? Auf euch und auf eure Regeln. Auf eure Loyalität, auf eure Stabilisierung, auf eure Melligkeit. Ihr kleinen Köpfex, Mann. Der eine beneidigt den die Toten. Der eine beneidigt den seine Mutter und geht nichts mit den Leuten live, als wäre das Cousin's mehr. Ich fick eure Ehre. Ich fick. Ich fick eure Ehre. Ich fick euer Namos. Ihr habt nichts. Sperrt mich, Le Eiri. Mormolius, der größte Köpfex, der rumläuft, der saß auf Flasche und der hat euch alle gefickt. Wallabillah. Der hat euch alles zerstört. Ihr seid hier Gangsters, Hollywood. Und ihr seid nichts. Ihr seid ein Haufen Scheiße, Mann. Die Straße seid ihr Müll. Yallah, Assalamu alaikum, ich bin weg. Ehrenlose. Ehrenlose. Verkauft eure Familie und euren Glauben. Ozan beleidigt den Propheten, ihr nehmt den Bruder. Puh. Sherefziz. Jungs. 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 Jungs.